Und das, was alles jetzt hier ist in den Kästen, ist alles hier aus der Region? Im Moment haben wir wahrscheinlich ungefähr eine Quote von 80 Prozent. Okay, das ist ja schon krass. Genau. Aus der Region haben wir für uns auch definiert mit 70 Kilometer Umkreis von Hagen aus. Das heißt für uns ist die Region nicht Deutschland oder Mitteleuropa, so wie es vielleicht bei anderen handhaben wird. Wir haben regional wirklich mit einem Umkreis von 70 Kilometern definiert. Das heißt zum Beispiel die Äpfel, die ihr hier seht, die kommen aus dem alten Land, sind also eher grenzwertig regional, aber halt noch schon sehr, sehr nahe. Aber wo kriege ich denn jetzt Äpfel her im Juli? Die sind von Augustin. Das ist unser Hauptlieferant. Haben die Apfelgewächshaus oder wie machen die das? Es gibt das in Sorten, die jetzt schon erdreif sind und der Rest ist lagerbar. Also die lassen sich sehr gut einlagern und haben spezielle Lagermöglichkeiten, die dann die Bedingungen perfekt abbilden. Und so dass Äpfel das ganze Jahr regional verfügbar sind in der Regel. Wow, abgefahren. Und das in Deutschland, ne? Ja. Das wollen wir mal sehen. Das wollen wir mal sehen.